Musik Ja, willkommen meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Heute gibt es mal wieder zwei Fallberichte, und zwar zwei Berichte, die sich angeblich auch so zugetragen haben sollen. Im ersten Fall, da geht es um eine sehr merkwürdige Erscheinung, einer seltsamen Nebelerscheinung. Und im zweiten Bericht, da erfährt ein chilenischer Soldat plötzlich eine Art Zeitphänomen. Dass diese Zeitanomalien oder Zeitphänomene auftauchen, ist eigentlich nichts Neues. Bei diversen UFO-Sichtungen, besonders bei Nahbegegnungen, scheint dieses Phänomen häufig aufzutreten. Denn bei diversen Nahkontakte mit UFOs, kommt dieses Phänomen häufig vor, als man sich denken kann. Natal, Südafrika, 1969. Anton Fitzgerald war mit seinem Farnmanager auf dem Weg zur Landebahn seiner Ranch in Zentrum Natals. Es war ein Juni Morgen, kurz nach Sonnenaufgang. Sein Zulu Traktorfahrer hatte das Leichtflugzeug aus dem Hangar geholt, und sie fuhren einen Hang hinunter, um ihn zu treffen, damit Anton nach Durban fliegen konnte. Wer dann berichtet, sah er etwa 600 Fuß entfernt in der Nähe des Flugzeugs ein unheimliches, rötliches Leuchten. Es ähnelte einer Gasblase oder einem Sumpfnebel, bildete aber eine Blasenform und war deutlich leuchtend. Als die beiden Männer dieses Phänomen betrachteten, sahen sie eine Schafherde neben der Landebahn, die sich sehr merkwürdig verhielten. Die Tiere umkreisen den Nebel in Halbkreisen und wurde alle von ihm angezogen. Er beschreibt das Muster, das sie bildeten, als Eisenpfeilspäne auf einem Blatt Papier um einen Magneten. Möglicherweise eine sehr bedeutsame Bemerkung. Als die beiden Männer näher kamen, begann der rötliche, rosa Nebel aufzusteigen. Es war kein Geräusch zu hören. Aber was wirklich seltsam war, war, dass die Schafe mit nach oben gezogen wurden, als ob sie von einer Kraft angezogen würden. Sie waren praktisch in der Luft und standen senkrecht. Anton vergleicht sie mit Ballettdänzer auf Zehenspitzen und nur die Spitzen ihrer Hinterfüße hielten sie auf der Erde. Als Anton und sein Manager sich nun der Aufsteigen der Masse näherten, spürten auch sie eine merkwürdige Schwerlosigkeit. Anton berichtet, wie ihm der Speichel bis zum Gaumen hochgesaugt wurde und wie der Morgentau, der beim Überqueren des Feldes in seinen Socken eingedrungen war, von seinen Waden an den Beinen hochstieg. Dann war der Nebel verschwunden. Die Schafe waren wieder auf dem Boden, obwohl eines verschwunden war und nie gefunden wurde. Und der aufgeregte Traktorfahrer plapperte in Sulu. Er sagte, dies sei die Bestätigung einer seit langem bestehenden Stammenslegende über eine rote Sonne, die in dieser Gegend gesehen worden sei, und Rinder fresse. Einige Minuten später, als er über die Stelle auf der Landebahn rollte, an der sich der Nebel befunden hatte, hob das Flugzeug von selbst ab, berichtete Anton. Er stieg so schnell, wie er es noch nie erlebt hatte, als würde es der Schwerkraft trotzen, ohne die erwarteten Gehkräfte zu erzeugen. Bevor er wusste, wem geschah, befand er sich auf 3000 Meter Höhe, wobei seine Ohren aufgrund der Druckveränderungen immer wieder knackten. Aber der Effekt scheint schnell abgelenkt zu sein. Er musste sich jedoch mit der Flugsicherung in Durban in Verbindung setzen und darum bitten, auf die ihm zugewiesene Höhe absteigen zu dürfen, wobei er ihnen erklärte, dass ein verrückter Aufwind die Schuld daran trug. Was war dies, was Anton hier erlebte? Waren es vielleicht irgendwelche energischen Energiefelder, die plötzlich entstanden sind? Waren es Außerirdische, die vielleicht dieses Phänomen verursacht haben? Eine seltsame, merkwürdige Erscheinung einer rosa, merkwürdigen Kugel? Könnte dies vielleicht ein Hinweis sein, dass es vielleicht interdimensionale Reisende gibt, die zu unserer Welt eindringen und vielleicht die Ursache sind, um Menschen spurlos verschwinden zu lassen? Oder ist eine energische Energie dafür verantwortlich, um dieses Phänomen zu erzeugen? Und wer sich dieser Energie nähert, kann durchaus in der Lage sein, dass man hier spurlos verschwindet, da die Kräfte auf einen einwirken. Ein Phänomen von merkwürdigen Lichterscheinungen? Oft sind es Zeugenberichte, die Ähnliches berichten. Aber würde man sich diesem Phänomen nähern, kann es durchaus vorkommen, dass solch ein Phänomen plötzlich entstehen kann? Viehverstümmelung und Menschen, die spurlos verschwinden? Wer weiß, welche Kräfte dahinter stecken? Wie die Farmer immer wieder meistens vor diesem Ereignis berichten, erzählen sie meistens von solchen Ereignissen. Bevor dieses Ereignis eintritt, sind die Rinder auf der Weide sehr nervös. Und dann geschieht jenes, was man sich nicht vorstellen kann, dass plötzlich merkwürdige Lichter zu sehen sind. Was die Bauern dann vorfinden, ist meist verstümmeltes Vieh. Ist dieses Phänomen gleichzustellen mit dem Phänomen, die Anton erlebt hat? Oder ist dieses Phänomen ein ganz anderes Phänomen? Vielleicht kommen diese fremden Wesen nicht aus einer fernen Galaxie, sondern aus einer anderen Dimension. Und wenn sie auftauchen, erzeugen sie ein sehr merkwürdiges Kraftfeld, das mit einem sehr merkwürdigen Leuchten in Erscheinung tritt. Ja, meine lieben Freunde da draußen, ich muss sagen, da muss schon etwas dran sein, denn es gibt ja unzählige Sichtungsberichte von merkwürdigen, kugelartigen Objekten oder von seltsamen Erscheinungen, in denen plötzlich eine Art Energiefeld auf einem eindringen und die Haare zu Berge steigen lassen. Ich denke mal, dass vielleicht da schon etwas dran sein könnte. Und möglicherweise, wenn es um außerirdische Lebensformen geht, müssen sie nicht unbedingt aus einer fernen Galaxie zu uns reisen, sondern sie können auch dimensionelle Reisende sein. Wie auch immer, ihr könnt eure Meinung gerne auch in die Kommentare erwähnen. Im nächsten Fall geht es um ein sehr merkwürdiges Zeitphänomen, das sich im Jahre 1977 so zugetragen haben soll. Und zwar in Chile. Die seltsame Geschichte eines Soldaten im Jahre 1977 griff die texanische San Antonio News eine Geschichte auf, die überall in den Zeitungen des südamerikanischen Landes Chile veröffentlicht worden war. Es ging um die bizarre Ereignisse, die Corporal Armando Valdez, ein Soldat der chilenischen Armee, erlebte. Er befand sich auf einer Routine-Patrouille in einem abgelegenen militärischen Außenpostens namens Pampa Luskuma in der Nähe der Stadt Butre, Chile. Das Gebiet liegt in der Region der Hohen Anden. Es war 4.30 Uhr am Morgen des 25. April. Corporal Valdez war für eine Gruppe von sechs Männer verantwortlich, die sich gegen Ende ihrer Nachtpatrouille in einem Lagerfeuer ausruhten und versuchten, den Rest ihrer Schicht wach zu bleiben. Sie sangen Lieder und tranken Kaffee, als plötzlich einer der Männer, die Wache hielten, zum Lagerfeuer zurücklief. Er war offensichtlich verängstig. Er erzählte seiner Kameraden, dass er einen seltsamen Anblick gesehen hatte. Zwei violette, amorphe Lichtkugeln oder Formen waren in dieser Gegend zu sehen. Sie hatten jeweils rote Fleckchen an ihren Außenkanten und waren hell genug, um die Umgebung zu erleuchten. Corporal Valdez befahl seine Männer, die Lagerfeuer zu löschen, ihre Waffen in Bereitschaft zu halten und in Alarmbereitschaft zu gehen. In der Zwischenzeit verließ er den Lagerplatz, um Nachforschungen anzustellen. Er war etwa 15 Minuten weg. Aber als er zu seinen Männern zurückkehrte, spürten diese sofort, dass etwas nicht stimmte. Corporal Valdez wirkte benommen und verwirrend. Aber was noch seltsamer war, Armando war sauber und glatt rasiert gegangen und kam mit einem Paar zurück. Seine Kleidung war zerknittert und schmutzig, als wäre er schon eine Weile im Feld gewesen. Seine Männer fragten ihn, was passiert sei. Aber der Unteroffizier hatte nur etwas Seltsames zu sagen. Er sagte folgendes zu seinen Männern. Ihr werdet nie erfahren, wer wir sind und woher wir kommen. Aber wir werden wiederkommen. Damit fiel Corporal Valdez in den Schlaf. Die übrigen Männer waren gelinde gesagt, berblechs. Während ihre Patrouillenführer schlief, bemerkte eine der Männer zufällig seine Uhr und war überrascht, dass sie sieben Uhr morgens anzeigte und dass der Kalender auf seine Uhr nun den 30. April anzeigte. Fünf Tage vor dem aktuellen Datum. Nach zwei Stunden Schlaf wachte Armando auf und schien wieder zu einem normalen Geisteszustand zurückzukehren, abgesehen davon, dass er leicht verwirrt war. Er wächte verwirrt und sagte zu seinen Männern, ich kann mich an nichts mehr erinnern, seit ich vorhin vom Lager weggegangen bin. Der Fall von Corporal Armando Valdez wurde lange Zeit als ein Fall von UFO-Entführung angesehen und von UFO-Forschern auch so behandelt. Aber im Laufe der Jahre hat Valdez immer bestritten, entführt worden zu sein oder irgendwelche Außerirdischen gesehen zu haben. Er kann sich an nichts erinnern, was mit der fehlenden Zeit zu tun hatte. In den Jahrzehnten seit dem Vorfall von 1977 wurde der Fall von einer Reihe von UFO-Forschern wieder aufgegriffen und intensiv untersucht. Einer von ihnen, die britische Autorin Jenny Randalls, vertrat die Ansicht, dass die bestehende Erklärung für den Fall darin besteht, dass Corporal Valdez einen Zeitsturm begegnete. Sie schlägt vor, dass es sich bei den violetten Lichtern, die die chilenischen Soldaten sahen, um eine Art atmosphärisches Phänomen handelte. In diesem Fall jedoch um eine Anomalie in der Raumzeit, einen natürlichen Auftretenwirbel in der Struktur des Universums. Ringwirbel in der Struktur des Raumes selbst. Jenny Randalls hält dies für die beste Erklärung für den Bartwuchs von Valdez und das fortgeschrittene Datum auf seine Uhr. Da Valdez sich sonst an nichts erinnert, sagte Jenny, dass er einfach von einem lokalen Zeitsturm mitgerissen wurde. Die Zeitspanne, in der er sich innerhalb des Wirbels befand, schien sich im Vergleich zu seiner eigenen Erfahrung auf fünf Tage zu summieren. Für den Rest der Welt jedoch nur 15 Minuten. Wofür Jenny Randalls und andere jedoch keine gute Erklärung haben, ist die eindringliche Aussage von Armando Valdez. Ihr werdet nie erfahren, wer wir sind und woher wir kommen. Aber wir werden wiederkommen. In einem kürzlichen geführten Interview sagte Armando Valdez, er bereite endlich ein Buch über seine Erfahrung vor, in dem er hoffe, die Geschichte aus seiner eigenen Perspektive erzählen zu können. Ein Erscheinungstermin für das Buch wurde noch nicht bekannt gegeben. Ja, meine lieben Freunde da draußen, es gibt schon die merkwürdigsten und seltsamsten Berichte und Erscheinungen, die man sich so im ersten Moment nicht erklären kann. Aber ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Wer von euch da draußen hatte schon einmal des Öfterens einmal das Gefühl, heute vergeht die Zeit überhaupt nicht? Oder man hat das Gefühl, heute ist die Zeit wie im Fluge vergangen? Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis auf diese Ringelwirbel, die in unseren Strukturen des Universums entstehen und auf uns einwirken? Dies wäre durchaus möglich. Oder ist es nur reine Einbildung? Wie auch immer, meine lieben Freunde da draußen. Es gibt Fälle, die man sich bis heute nicht erklären kann, aber die definitiv vorhanden sind. Ja, und ich würde sagen, somit seien wir wieder am Schluss okend und nicht vergessen ein Like da zu lassen und wenn ihr Lust und Launen habt, könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Das kostet eigentlich nichts, ja. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Pfiat denk.